Es ist ja nicht so, dass hier früher immer alles friedlich war. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt, wo Leute wie er im Landtag sind. Jörg Nobis, Fraktionsvorsitzender der AfD. Also Herr Nobis war am Anfang relativ gemäßigt. Das war so der erste Eindruck. Und man hat dann nach einigen Monaten den Eindruck gehabt, er hat eine Ansage aus Berlin bekommen. Und jetzt muss er mal richtig poltern. Und seine Reden plumpsen dann auch mal regelmäßig in den Saal. Die eigene Fraktion reagiert in der Regel schon gar nicht drauf. Also es ist etwas skurril, immer wenn er ins Rednerpult tritt. Es gab ja auch schon mal die rechtsextreme DVU im Kieler Landtag. Doch auch das war anders als jetzt, wo der Seemann Jörg Nobis mit vier anderen ins Parlament eingezogen ist. Insgesamt ist mein Eindruck, dass Jörg Nobis jemand ist, der schwer zu durchschauen ist. Und der sich als ein ruhiger, besonderer Typ gibt, aber innerlich eine ganz klare Agenda hat. Und die mich beängstigt. Was ist also die Agenda? Freiheitlich, demokratisch, konservativ, so bezeichnet Jörg Nobis seine Partei. Zum Beispiel heute habe ich es bewusst gelassen, noch mal darauf zu reagieren, dass Herr Nobis Flüchtlingsschiffe als Wassertaxis bezeichnet hat. Das sind immer so diese kontrolliert feingelassenen Unmöglichkeiten, die einen manchmal als nachfolgender Redner dann schon nerven. Manchmal greife ich ein, manchmal erspare ich es mir auch, weil ich glaube, dass man diesen Menschen sowieso nicht helfen kann. Im Landtag gibt es natürlich immer wieder harte Auseinandersetzungen, aber auch eine gewisse Herzlichkeit unter den Abgeordneten. Aber mit den Abgeordneten der AfD will sich niemand so richtig sehen lassen. Ich bin nicht hier, um mir Freunde zu machen. Ich bin hier, um klar und deutlich, mit deutlicher Sprache, das zu sagen, wofür wir gewählt wurden. Um dieses Problem vor der afrikanischen Küste. Ich möchte auch nicht, dass Menschen ertrinken im Mittelmeer. Aber ich möchte, dass etwas dagegen getan wird. Und dann müssen wir diesen Magneten abstellen in Deutschland. Eigentlich gibt es in der Opposition einen gewissen Zusammenhalt. Aber auch das ist jetzt anders. Da gibt es keinerlei Gemeinsamkeit. Nochmal, die haben demokratische Rechte, weil sie gewählt sind. Die werden auch nicht beschnitten. Man will niemanden zum Märtyrern machen. Aber es gibt keine Form von politischer, persönlicher, menschlicher Gemeinsamkeit mit Vertretern dieser Parteien. Er verweigert mir bis heute den Handschlag und macht auch im Ältestenrat ganz komische Veranstaltungen, um den Tisch herumzugehen, um bloß nicht auf mich zu treffen. Er behandelt mich eigentlich wie Luft. Ähnlich geht es den Initiativen der AfD im Landtag. Die gehen unter, weil niemand sie unterstützt. Wir haben so viele inhaltliche Anträge eingebracht, die absolut demokratisch gut begründet waren und überhaupt nichts mit Flüchtlingspolitik zu tun hatten. Sei es Schwimmunterricht, sei es Nitratbelastung vom Grundwasser. Und man hat sich all diesen Themen verweigert. Sie nannten gerade den Nitratantrag, da war es ja vielleicht eher bei den Grünen so. Man sagte, dem könnte man eigentlich fast zustimmen. Genauso gibt es auch Anträge, die bei uns abgeschrieben sind, wo die AfD natürlich ganz gezielt auch schaut, was ist eigentlich CDU-Programmatik. Womit versucht man jetzt hier CDU vorzuführen im Landtag? Wenn wir das grüne Grundsatzprogramm vorlegen würden, würden wir nicht zustimmen, weil wir uns nicht gemein machen wollen mit einer Partei, die unser demokratisches System ablehnt und aus unserer festen Überzeugung ein anderes System, ein anderes Deutschland will. Am deutlichsten hat das die AfD-Abgeordnete Doris Sein-Wittgenstein gemacht. Auf einem Parteitag hat sie gesagt, sie wolle nicht in der sogenannten Gesellschaft ankommen. Auch das hat bei den anderen fünf Parteien etwas verändert. Wir arbeiten besser zusammen, finde ich sogar, als es vielleicht in manchen Fällen früher der Fall war, weil man sich eben gemeinsam der Aufgabe widmet, auch die Demokratie zu verteidigen und solche Gruppierungen nicht zu groß werden zu lassen. Dass die AfD allerdings schon bald wieder Geschichte sein könnte, da macht sich hier niemand Illusionen, sie wird bleiben.